Warte doch mal auf mich. Hey, guck mal, bitte. Ich geh ein bisschen putzen. Ja, dann lass mich doch mal, genau, dann putzt man gleich für mich mit. Oh, ich kann den Stiel dann brechen. Und dann müssen wir das machen. Oder ich kann das abbrechen erst mal. Nö, weiß ich nicht. Lass erst mal kurz schauen. Ich kann es auch brechen. Ach so, nee. Aber wie geht denn das mit dem Brechen? Mach's. Und wie, hast du es jetzt gemacht? Oh nein, brate ich dem jetzt einen rein? Ach, jetzt kann ich wahrscheinlich. Ich kann es nicht machen. Nee, das ist ja der Plan, dass ich jetzt mir einen neuen hole und mir den Meißel besorge. Und du musst den halt ablenken. So. Ich putze einfach mal ein bisschen weiter. Jawohl. Ich weiß gar nicht, putzt du oder teerst? Ach so, vielleicht. Ja. Vielleicht teere ich auch. So, also er muss jetzt... Ist das eigentlich ein Schauspieler? Das sieht irgendwie so bekannt aus. Ah, er macht's nicht. Den Ablenken. Dann mach ich's. Okay. Wann brauchst du den Typ jetzt? Hier, mit dem könnte ich mal kurz reden. Ja, aber wir können doch jetzt hier nicht alle reden. Das fällt doch ziemlich auf, oder? Ist das ein Witz sein? Teeren wir das ganze Tag. Siehste? Das teeren. Ja. Der Eimer so dreckig ist. Ja, wir haben doch jetzt... Ich hab doch einen Stock. Ich kann doch hier... Ja, eben. Na, warte mal, aber... Ich muss ihn ablenken, wie... Ah, ich lenke ihn ab und du gehst dann hoch. Wo muss ich denn dabei hoch? Hier rechts von mir. Rechts von mir. Nee, rechts von mir. Ja, ich weiß. Ich warte doch nur, bis er weg ist. Ach so. Ich glaub, wir müssen uns gegenseitig helfen. Los. Ach so. Das ist vielleicht sinnvoller. Nicht, dass du auf einmal da stehst. Auf einmal ist die Nase weg. Okay, ich lenke ihn wieder ab. Was machst du denn? Nichts. Was ist das Problem? Ich habe dir einen neuen Bremsen. Komm her. Komm her. Ich weiß gar nicht, wo das Ding ist. Das ist so ein gelber Bobbel. Ah, da. So, ich hab ein neues. Ah, warte mal. Oh, er geht rauchen. Nee, warte mal. Du kannst ja jetzt nicht runter. Dann sieh das ja. Vielleicht muss ich wieder einen Besen kaputt machen. Oh Gott, ich bin ein Teer reingelatscht. Ähm, hier. Ich muss jetzt, glaube ich, ich muss eine Schlägerei anzetteln. Das ist doch ganz klar. Ich mag sie einfach nicht. Ja, Holmes. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist besonders der, der da oben. Kannst du nicht da am Stromkassen hinten was machen? Oder bei deinem Typ nochmal? Ich würde gerne der Wache einfach eine rein drücken. Also bei mir steht, ich kann hier runterklettern. Ja, ich kann einfach weiter wischen, aber ich kann versuchen, es einfach weiter kaputt zu machen. Ja, Meißel zu Fred bringen. Fred. Ich kann euch jetzt jeder weiter wischen. Ich geh doch nochmal zu der Wache, oder? Oder da zu dieser Tür. Oder wenn ich bei dir mal wische. Ich wische jetzt einfach mal bei dir und dann beschwere ich mich. Wieso? Nein, geh doch mal zu dieser Tür da. Hinter dir. Nee, ist nix. Okay. Dann geh doch mal zur Wache an der Tür. Ja, vielleicht. Ach nee, du kannst doch hier oben lang. Guck mal hier. Hier ist doch wie so eine kleine Brücke. Über der Wache drüber. Dann geh ich doch einfach hier runter. Ja. Ey, der Besen ist scheiße und mir neun, du Pfeife. Hab's nicht hingekriegt. Hallo. Du sollst runtergehen, du Trottel. Du weißt schon, dass du der Trottel bist. Oh, shit. Shit, er schaut in meine Richtung. Sagt er. Halt, 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 halt. Ich mach nichts. Versuche, im Weg zu stehen. Kann ich? Jetzt, ja. Sehr gut. Kann ich? Ja, ja, natürlich. Nee, das ging grad irgendwie nicht. Da stand irgendwas. Nee, das ist dann an die Wand drücken, wenn du Vierk trückst. Äh, X. Ah. Alter, da will mir kein Bier geben. Ah, jetzt machst du die Tür da hinten offen. Ja. Jetzt machst du die Tür da hinten offen. Äh, geht aber nicht. Nee, ich hab meinen eigenen Weg. Das geht nicht. Aber es wird doch hier... Hä? Jetzt erst. Warum? Ich hab's... Weil du mir aufmachen musstest? Ja. 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 Oh, meine Güte, das war aber kompliziert. Okay, jetzt haben wir die Tür da oben aufgemacht, das heißt, wir können von drinnen jetzt übers Dach raus. Ja. Ja, genau. Jetzt sagt das alles so. Jetzt hören wir uns noch die heilige Schrift... Parbücher. Meine Güte, also der sollte vielleicht mal die Kleider größer nehmen, hm? Also der vordere. Ah, der. Ich hab's noch etwas特別es für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Ich bin sicher, ich will. Das war gut. Da ist er wieder. Der Meißel ist wirklich so eine tragende Rolle. Klaung, klaung, klaung. Dass das keiner mitkriegt, ne? Ja. So. Okay. Also ich muss hier... Augen offen halten. Ich kann schauen. Warte mal, wo bin ich denn? Hier, das bin ich. Ich poppele erst mal im Klo rum. Halt, warte. Warte doch mal. Nicht so schnell machen. Wieso? Da kommt einer von rechts von mir. Oh, okay, okay. Warte, er ist gleich bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Mach was. Ich muss ihn aufhalten. Ja, mach ich. Ist morgen Besuchtag... Nee, krieg ich noch ein paar Decken? Nee, erst mal ist morgen Besuchtag. Aber versuch die Zeit so lange wie möglich rauszuzögern. Shit. Scheiße. Das war zu spät. Na, klasse. War ich ein bisschen zu langsam, ne? Aber wenn ich schnell bin, kriege ich das direkt hin am Anfang. Ja, jetzt müssen wir es nochmal machen, oder? Ja, ja, aber das war ja relativ easy. Dann frage ich ihn jetzt diesmal nach dem anderen, ob ich Decken kriege, oder? Ja, aber du musst so lange rauszögern mit der Frage, wie geht. Ja, ja. Aber nicht, dass die dann irgendwann weg ist, ne? Die Frage. Naja, du siehst es doch, wann es abläuft. Echt? Na, der kreist ihn rum. Ah. Nein, das wird nicht passieren. Okay. Okay, ist vorbei. Ah. Dann frag, nehm ich doch wieder die andere Frage. Nee, ich muss einfach mal ein bisschen warten. Warum bist du so lahm? Bist du so lahm? Geht nicht schneller. Ich muss einfach mal warten, dass der da vorbeiläuft. Also von der Seite ist alles safe. Ich muss warten, dass der links dran vorbeiläuft. Ja, ja. Also dann frage ich ihn nicht, ne? Nee. Hä? Ich lenke ihn jetzt nicht ab. Nee. Ah, das Glas. Guckst du raus? Ah, jetzt kommt der andere. Ja. Ja. Du musst halt gucken. Ja, der andere ist gleich bei dir vorbei. Mache gar nichts. Alles cool. Kann ich mich einfach hier hinsetzen? Guck mal, jetzt kommt er zu mir. Guck mal zur anderen Seite. Okay, ich versuch's. Nee. Oh, jetzt kommt der. Er kommt wieder. Die andere Seite ist safe, ne? So, rechts ist frei. Links ist auch frei. Okay, hänge. Du kannst. Die hören das so bestimmt. Kann sein, dass da... Nö, erstmal niemand. Ah, da hinten kommt er wieder. Na links siehst du doch die Taschenlampe. Nö, das war vorhin schon. Da ist er doch. Ah doch, ja. Erzähl ich ihn. Jetzt kann ich ja versuchen, ihn abzulenken. Jawohl. Ich hab's offen. Oh Gott, das dauert ewig. Du musst... Ablenken. Haben sie ein Buch für mich? Das versuch ich gleich mal. Los, und jetzt. Ich kann nicht schlafen. Hast du ein Buch, das ich lesen kann? Was sehe ich als Librarian? Geh zum Schlafen. Oh, oh. Fertig. Alter. Kannst du aufhören damit? Ich glaub, du musst dann aufhören einfach, oder? Ach, ich muss aufhören und du musst das Klo wieder hinstellen, oder was? Naja, also irgendwas musst du ja mal anders machen. Du hast ja gesehen, dass es auf keinen Fall reicht von der Zeit. Okay, dann fang ich jetzt schon mal an. Ach so. Ja. Und ich lenke ihn jetzt schon mal ab, oder? Mhm. Genau. Ich muss das Klo wieder hinstellen. Ich glaub, das ist es. Ablenken. So. Jetzt warte ich so lange wie möglich. Okay, ich geh jetzt kurz wieder raus. Ah, okay. Jetzt kannst du, kannst du weitermachen. Ja, geh zum Schlafen. Okay. Okay, du guckst jetzt zum anderen, der kommt ja jetzt gleich. Ja. Okay, nochmal. Noch bewegt er sich nicht. So, Platte ist offen. Das hast du schon cool gemacht. Ja. Okay, Viertel. Ich glaub, der andere kommt wieder von meiner anderen Seite. Ja. Ja. Der kommt, den muss ich nochmal fragen. Wartest du da mit dir? Noch nicht. Jetzt. Gleich. Du musst, glaub ich... Ich frag ihn jetzt nochmal, ob morgen Besuchstag ist. Boah, ist immer gut. Nee. Jetzt musst du wegmachen. Du musst es wegmachen. Er ist weg. Das war mal knapp, ey. Das war mal knapp, ey. Hm. Meine Güte. Alter. Aber wie soll das jetzt gehen? Ähm, naja, jetzt musst du es auch machen. Ich muss jetzt dir rübergeben, das Werkzeug. Okay, ich geb's dir. Und ready. So, jetzt muss ich hier schmiere stehen. Kann ich schon starten? Ja. Kommt erstmal keiner. Also, abbrechen ist einfach einmal kreisdrücken. Dann macht er alles wieder rückgängig. Von links kommt er. Du musst abbrechen. Er kommt. Jetzt schon? Ja, ja, er kommt. Er ist gleich da. Jetzt klotzt er mich so an. Tret er dann wieder um? Das weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht. Jetzt kommt der andere. Der andere kommt jetzt von rechts. Ja. Naja, mach's lieber nicht. Naja. Weiß nicht, was ich mit dem hier machen kann. Er guckt bei mir bestimmt auch noch rein. Ich glaub auch. Na, jetzt könntest du eigentlich mal. Das ist zu gefährlich. Aber ich probier's. Okay, abbrechen, abbrechen. Okay. Jetzt kommt der andere von links. Oh. Ah, den lenke ich nicht ab. Das ist doch scheiße, wenn ich den ablenke. Ja, ja, wenn du den ablenkst, auf jeden Fall. Das zögert ja nur die Zeit raus. Alles klar, ich geh ins Bett. Lass gehen. Okay, jetzt ist deine Chance. Nee, jetzt nicht. Doch, jetzt. Komm, mach. Ja, jetzt. Wenn er weg ist, aber wenn er noch an mir vorbeilatscht. Oh Gott. Muss gleich dann noch Viereck hämmern. Okay, links seh ich erstmal keinen. Der rechts kommt, aber wenn ich ihn ablenke. Oh Gott, das war der ewig. Ja, das dauert ein bisschen. Ich hab erst ein Viertel. Muss den auf jeden Fall ablenken. Hälfte? No. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Ach, ablenken. Doch, das schaffst du. Na, möglichst lang rauszögern. Ich will eine Frage fragen. Was jetzt? Ähm, wie viel hast du eine Stunde? Als Garten? Sehr gut. Mehr als du, als ich in einem Prisitor. Jetzt gehst du zum Bett. Jawohl. Ah, es ist so schon spannend. Ja, ich bin fertig. Okay. Let's warten, bis die Lichter geht. Jetzt geht's nachts raus. Pass auf. Wum. Wie viel verdient mein Wachmann? Warum steht das da noch? Weil ich das gefragt hab. Ich würde ja die Kloschüssel wieder davor machen, oder? Sonst wissen sie es ja sofort. Wenn das geht. Ja, macht's auch. Gut. Das war ja viel zu easy. Dass da nie vorher mal wer drauf kam, oder? Einfach die Dichtung beim Klo ein bisschen abfressen. Ja. Lala. Guck mal hier, jetzt können wir eigentlich alle rausholen. Wir könnten alle rausholen hier. Ne, überall diese Dichtung beim Klo. Hallo? Meine Nase ist in deinem Arsch. Da kommen wir nicht lang. Ist hier irgendwas? Da müssen wir bestimmt irgendwie kurz schließen. Ah, wenn du L2 gedrückt hältst, dann sieht man so einen gelben Bobbel. Aber das bin ich derzeit. Also wir müssen irgendwie selber was finden. Ne, grün. Ich sehe ein grünes Herz. Das bist du. Na ja. Für mich war das gelb. Das ist nicht der Ausgang, ne? Das sah nicht so aus, wie das, wo du langgegangen bist. Hier geht's auch nicht lang. Ne. Könnte man da nicht einfach den Meißel reinschmeißen? Ne. Hä? Keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Das finden wir schon noch raus. Hier geht's ja auch noch lang. Ja, eben. Vielleicht mussten wir ja auch nicht. Ah, hier. Das machen wir jetzt in diesem Ventilator, oder? Jawohl. Oder? Weiß nicht. Ja. Ja. Aber das fällt doch auf. Da wissen doch sofort alle, wo wir sind. Wieso? Wenn es so laut ist? Naja, wenn das Ding da kaputt ist. Oh, schnell. Durch. Oh, wenn ich jetzt loslasse. Dann bin ich tot. So, du musst es von der anderen Seite jetzt mal ausschalten. Jawohl. Komm und hilf mir. Bäh? Wie soll ich dir helfen? Ja, du hast ja gesagt, ich soll einen Weg finden. Na, das kannst du ja nicht. Nee, das geht nicht. Nee, warte mal. Irgendwas muss ich machen. Hier oben. Leo, ich brauche deine Hilfe hier. Ja, lass doch mal los. Das ist doch falsch, was du machst. Du kannst doch da unten durch. Rechts von dir. Nein, das nicht hinter dir. Das ist ein langer Weg. Da unten links geht es doch irgendwo lang, oder? Du musst doch irgendwie eine Sicherung oder sowas finden. Ah, da. Siehste. Ja. Jawohl. Ich würde das Rohr ja mitnehmen an seiner Stelle. Warum hast du es abgelegt? Denkst du wirklich, ich hätte es abgelegt? Da stand doch ablegen. Na, damit ich hier durchgehe. Geh los, will. Er geht da automatisch durch und legt es ab. Ich konnte nichts anderes beeinflussen. Ich meine, warum brauche er so ein Rohr? Ja, die Nase. Ich drehe dir einfach den Arsch. Du meinst wohl. Ja. Da war ich doch vorhin schon dran. Zeig's doch. Alles klar. Du denkst, wir können irgendwie rausziehen? Nö. Aber wir brauchen, um ein Laundrie-Kart zu bekommen. Als wir das Auto haben, muss einer von uns in es schlafen. Ach, das ist jetzt wirklich am Tag. Das ist ja cool gemacht. Nö, wieso am Tag? Weil wir dabei jetzt stehen. Wir sind jetzt bei der Arbeit. Ach so. Die reden gerade von dem Plan und das ist jetzt die Umsetzung schon. Okay. Also, wir müssen jetzt die Laken da hinten hinbringen. Ja, einer muss in den Wäschewagen. Wir brauchen einen generellen Wäschewagen. Vermute mal, es ist eher so deine Aufgabe. Oder? Zugang zum Hinterzimmer. Ich labere den, das Mann. Das erste Mal, dass ich hier jemanden schreit habe. Ja, das ist, weil ich dieses Wochenende bin. Ich war schon ein bisschen Wäsche. Ja. Mal da, krass. So, ich kann die Wache da hinten ablenken. Ah, ja. Was sagt ihr, deinen eigenen Wagen? Ja, das ist für sicher. Mal wieder umsonst gelabert. Holst du dir jetzt gerade deinen eigenen Wagen? Ich versuch's. Hey. Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number please? What do you need that for? It's rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a cart, man. I need your name and number. This looks like a sweet gig. What do you need? In a bad sign. You sure I'm not on the list? What's your name again? Leo. Uh, we close it. It's not here. Oh. Get over, you idiot. You know, I saw it like the... Oh, let's get the cart. Problem gelöst mit der blöden Nummer. Oh, yeah? Well, at least you're not surrounded. Ah, kommst du hier hinter? Ich geh schon mal rein. Ich geh schon mal rein. Ah, guck mal hier. Geil. Schön bei der dicken, fetten Schlüpperbuchse. Okay, guck mal hier. Ich seh das wirklich. Oh, das sieht aus, als würden deine Leichen. Das sieht aus, als würden deine Leichen liegen. So, sind hier diese Laken? Da. Du machst jetzt echt diese... Warum machst du nicht die sauberen Laken? auf mich drauf. Sind doch sauber. Die sind doch nicht sauber. Das ist die alte Stinkebuchse, von dem, die wir vermöbelt haben. Ich seh deine dreckigen Schlüpper. Jawohl. Schön einfach. Ja, meine Güte. Wie so ein Perverser da drin schnüffelt. Okay, wir sind alle setz. Koppel dir. Okay. Geht los. Guck mal, wie der das zur Seite schiebt, ey. Oh. Kannst du auch einen Moonwalk machen? Da rückwärts gehst. Ja. Wo geht's denn jetzt wirklich, ne? Links, vermute ich mal. Verstecken, ne? Du bist versteckt. Weil er bei dir noch... Oh! Mann, du sollst dich verstecken! Ich hab bei dir geguckt, was da passiert. Warum? Bei dir steht doch schon die ganze Zeit verstecken. Echt? Hab ich nicht gesehen. Der Stand versteckt, natürlich, Mann. Du bist echt ein Hirni. Echt, Mann. Ich weiß mal gar nicht, wo man gucken soll. Okay, ich muss... Okay. Komm. Do it. Wie ein Vogel. Ja, kein Wunder. Ich färst mich ständig gegen die Wand. Kein Wunder, dass ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich hab aber keine schöne Aussicht, wo du mich geparkt hast. Okay, wir sind alle scheiße. Koffe dich selbst. Ah, guck mal hier. Könnte ich noch mehr reinmachen? Naja, du musst, glaub ich, drei, ne? Waren's fein. Ja, aber da stand jetzt, kannst losgehen eigentlich. Okay, na dann. Bist du gut versteckt? Ich weiß es nicht. Ich nehm lieber noch eins. Kannst du mir mal einen sauberen Schlüpper reinwerfen? Ach krass, man sieht mich ja wirklich. Fällt das aufwendig, wenn wir so da hinfahren und solche Geräusche aus dem Ding kommen? Guck, guck. Liegt einander an meiner Fahrweise. Jetzt lass es bitte unten. Jawohl. Und wenn jetzt der Akku des Controls... Was machst du denn da? Ich hab keine Ahnung. Ich komm hier nicht rein. Oh Gott. Rückwärts einparken. Bin die Frau aus der Torte. Oh. Okay. Zeit, um das Garten zu entfernen. Was? Was soll ich das machen? Muss ich jetzt die... Muss ich die ganze Zeit hier das gedrückt halten? Oh, er fährt mich echt weiter. Was mach ich denn jetzt? Achso. Ey, guck mal, wo ich langfahre. Aber es ist ein Problem mit der Washing-Machin. Oh, ja? Was ist das Problem? Es ist, äh, broken. Ich weiß nicht. Hm. Es sieht nicht broken. Stop lying. Das hat nicht geklappt. Ach, klasse. Oh, warum bin ich... Lag neben, lag neben. Warum steigt der hier einfach so schnell aus, ey? Er hätte ja mal ein paar Sekunden warten können. Hä? Was soll ich machen? Was ist das Ding daneben? Okay. Ich muss, glaube ich, erst zu den Typen, dass sie sich streiten oder so. Okay. Der da. Hey, du denkst, es ist okay, was er gerade gesagt hat? Wieso, ich kann doch die ganzen Laken nehmen, dann kannst du doch da. So, jetzt streiten sie. Jetzt sag ich ihm zum tausendsten Mal, dass hier gleich ein Streit ist. Mach uns schon mal eine kleine Liegewiese für uns beide, ja. Sehr gut. Mal da, siehst du das? Verriegelt. Scheiße. Muss ich von der anderen Seite kommen, oder was? Keine Ahnung. Guck doch mal. Ja, der steht aber halt da. Nee, er ist weg. Er ist weg. Okay. Zugang. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da ist er. Warte, warte, warte. Ich mach auf, ich mach auf. Ist offen. Meine Güte. Du brauchst aber mal lang. Du sortierst hier deine Laken. Naja, ich hab halt auch eine Aufgabe, verstehst du? Mein primärer Job ist erstmal das mit den Laken. Kommst du jetzt mal? Hier ist alles safe. Komm jetzt endlich. Laken nehmen. Hör jetzt auf mit den Laken. Das steht doch bei mir. Ich muss den Laken stehlen. Willst du mich jetzt wickeln, oder warum hast du den Laken mitgebracht? Wir brauchen doch die Laken, um runterzukommen bei diesem Aufzug. Da hast du aber recht. Jetzt haben wir da 15 Laken. Was denkst du, warum wir hier denn sind mit den Laken? Hör mir mal ein paar Schäden. Ja, 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 ich komme. Was muss ich machen? Du sollst mir einen Laken geben, du Vogel. Ach so. Mit den Laken habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also. Du liestest gar nicht, was da steht, oder? Doch. Ich habe es nur wieder vergessen. Siehste? Und ich hatte da schon 5. Dein eines Laken war völlig überflüssig. Ah ja. So, jetzt müssen wir ja wieder von unseren Zellen über das Klohäuschen zu dem Schacht. Mhm. Perfekt. Aber dass es niemand repariert. Sie müssen sich doch merken, dass die Lüftung kaputt ist, oder? Keine Ahnung, ganz scheint nicht. Okay, ich hoffe, du kannst es tun. Ja. Wir hoffen, es ist so. Wer ist zuerst dran? Die Nase. Ich. Aber eigentlich war es ja gar nicht so. War gar nicht so tief. Was kann ich hier machen? Alles klar. Kann er wieder hochklettern. Ja, hier ist einer. Kann ich nicht sehen. Hier. Ja. Zugleich! Gleich! Alles klar. Wie hätte sie das denn ohne mich gemacht? Wie hätte es funktioniert? Really? Es ist pitch black. Wir brauchen eine Licht. Ja, fuck it. Ich gehe erst. Du bist okay? Ja. Wir brauchen eine Licht. Wir brauchen eine Licht. Na, klasse. So muss ich wieder hier so eine Lampe besorgen. Ich habe eine kleine schöne Ratte hier bei mir. Iiih, warum bin ich so nass? Bin ich schon irgendwo reingefallen? Oh, ich bin echt reingefallen in die Grütze. Ich bin echt in die Kacke reingefallen. Warum? Weil ich dachte, es geht nicht. Hier ist irgendein Rad. Das kann ich leider... Doch, das kann ich drehen. Ah, du musst mir die Lampe geben. Was tut denn? Ja, wo das Licht ist. Ich glaube, du musst mir da hinleuchten, damit ich das hier sehe, dieses Rad. Da ist es. Ah, ja. Okay, rechts rum. Hey, das Wasser ist gegründet. Mal sehen, ob du eine Öffnung findest. Alles klar. Ah, jetzt hätte ich auch nicht in die Scheiße so reinfallen müssen. Ja, das Wasser riecht nicht nur nach Scheiße. Das ist... Muss ich da jetzt lang? Ja, ich vermute mal. Ich brauche wieder ein bisschen Licht. Ich muss erst mal den Weg dahin zu finden. Ja. Weiter. Nein. Rechts. Ja, da bin ich. Hallo. Wo denn? Oder? Ich leuchte dich an. Das geht ja immer noch. Okay, jetzt kann ich da wieder runter, aber wo es dann da weitergeht, kann ich vielleicht das Ding hier hoch. Ja. Jetzt würde mir doch so ein frisches Laken wäre jetzt doch ganz angenehm. Was ist hier? Das wäre äußerst angenehm. Hey, gib mir das Ding her. Hau nicht einfach ab. Glaub ich in die richtige Richtung? Ja. Ja. Da stand es gerade auf Englisch bei mir. Give flashlight. Ah, du kannst mir vielleicht die andere Seite aufmachen jetzt hier. Hier. Ja. Okay, das ist schon cool gemacht. Dieses Geräusch, warum? Weil ich da an so einem Rädchen aus Versehen gedreht habe. Ich weiß, ich habe es gesehen. Hallo. Hm. Ich brauche einen Schlüssel. Na, ist das so clever, da durchzugehen einfach? Vielleicht ist auf der anderen Seite ja eine böse Überraschung. Zum Beispiel. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, ich brauche irgendeinen Gegenstand, um dir zu helfen. Zum Beispiel dieses Rohr, was wir zum Glück nicht mitgenommen haben. Oh, da ist ein Fünfstein. Noin. Noin. Lass mich, lass mich. Okay, jetzt aber zusammen hier. Okay, eins, zwei, drei. Bei mir stand, äh, ach so, warte. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt habe ich natürlich die Funze. Ich hoffe, es gibt keine Rats hier. Wahrscheinlich ist es. Ja, wie ich gesagt habe, wir hoffen, es gibt keine Rats. Du bist nicht so Angst, oder? Nee. Ich bin nicht so Angst, es ist nur, dass, du weißt, was auch immer. Nee. Sie sind schade. Wrong. Was steht denn da? Weiß nicht. Bei mir? Area 1, äh, A meine ich. Hier? Hier vielleicht? Ich glaube, da kommt mal her, oder? Hier. Ich habe keine Ahnung. Ja. Hä? Kam wir jetzt von hier? Nö. Gott, up there. Was machst du da? Das ist ja gruselig, wie du gegen die Wand starrst. Naja, weil du gerade gesagt hast, da ist ein Guard. Ein Wächter über uns. Komm her. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Gut, dass man da noch so viel Krach macht. Das ist doch kein Gefängnis, oder? Das ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht. So eine Bruchbude. Oh, verdammt. Es ist zu hoch, Mann. Und nichts, was auf den Rücken ist. Ja. Aber es ist sehr weit auseinander eigentlich. Wieso? Rücken an Rücken und dann die Beine da an die Seite. Ja, aber trotzdem. Es ist trotzdem weit auseinander. Nicht. Oh Gott. Für uns. Gott. Hä? Ich verstehe es nicht. Du musst unten drücken, das Viereck, wenn es unten ist. Ah. Warte doch mal. Oh Gott, ich bin schlecht. Jetzt. Ich auch. Eins. Alter. Wir müssen Takt haben. Warum wartest du nicht mal? Wir müssen im selben Takt da sein. Okay. Okay. Und? Jetzt. Los. 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 Bum. Bumm. Warte. Jetzt muss ich. Jetzt muss ich. Du nicht mehr. Und jetzt wieder. Eins. Und zwei. Und. Bumm. 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 Fünf Sechs Sieben Jetzt musst du einmal Und zack Nein Warte Nein Jetzt muss ich einmal Und eins Hör jetzt auf mit deinem Bum Wir müssen gleich Drei, zwei Bum Bum Ganz ehrlich Wenn man irgendeinen zufälligen Mitspieler hat online Wie sollen wir das denn hinkriegen Meine Güte Wegen dir sind wir einmal abgestürzt Weil du zu lahm warst Oh Zuerst Gefahr von Hütten Irgendetwas so Sind du so ernst Ein Wälder wäre schön Es ist nur ein Ort Ja das ist roher Das geht nicht Ah ok Wir brauchen so einen Sechskant Ach jetzt geht's echt wieder zurück Den ganzen Weg wieder zurück Ja Ja Alter Der Zimmer in der Werkstatt Das gute Ding braucht man Stehst du doch schon wieder so aggro rum Echt Wie die Familie Siehst du Ich gebe dir schon einen Tipp Du machst einen schönen Stuhl da links Das hast du einfach Ja guck mal hier Richtig schönen Stuhl Oder einen Tisch Ich könnte das all den Tag machen Mach ich aber nicht Wollen wir hier pausieren Das nächste Mal weitermachen Nö das können wir noch machen oder Ich glaube Das ist wieder Eine große Aktion werden wird Meinst du nicht Okay Ja Also bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss